Endlich einen richtigen Ständer. Ich habe den dort, der standardmäßig dran war, in der Mitte. Ohne Gepäck war der völlig okay, aber mit Gepäcktaschen konnte man das vergessen. Deswegen jetzt dieser Hinterbauständer mit dieser Heavy-Technik. Was man hier schön sehen kann, das Fußteil ist in der Länge verstellbar. Es ist vernünftig arretiert mit drei Imbusschrauben, einer ordentlichen Metallführung und hier vorne ist das Metall nochmal kunststoffgeschützt. Das Ganze kostet im Fachhandel knapp 22 Euro. Das ist es definitiv wert. Aber mehr brauche ich da glaube ich auch nicht zu sagen. Das Ganze ist gefedert. Es ist sehr stabil, auch wenn ich vier Packtaschen und Lenkertasche am Lenkrad habe. Und ist passend für Größe 26 und 28. Mehr wollte ich da gar nicht zu sagen. Macht's gut, euer Markus und Monty. Das Ganze ist sehr stabil, auch wenn ich da gar nicht zu sagen.